Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute mit einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Marc, freut mich sehr. Ja, gerne. Und wir sprechen über... Parfüm, heute tatsächlich Parfüm. Okay, ja, jetzt haben wir es natürlich... Fake Parfüm? Nein, wir sprechen heute natürlich über Uhren und zwar gefälschte Uhren. Genau, wir hatten uns ja gerade schon mal ein bisschen unterhalten, was uns so gegenseitig so passiert. Fake Uhren, Fake Boxen hatten wir ja auch gerade in deinem Video, was ja parallel läuft zu meinem Video. Genau, wir laden zur selben Zeit hoch, von daher, wenn ihr da etwas sehen wollt zur privaten Seite, dann schaut da gerne vorbei. Ich habe jetzt eine andere Frage, die mich beschäftigt, auch wahrscheinlich viele etwas jüngere Leute. Das sind jetzt gefälschte Uhren und so weiter. Was passiert, das wäre jetzt meine Frage, wenn man jetzt damit zum Beispiel, man reist jetzt damit und der Zoll hält jetzt einen an bei der Wiedereinreise und sagt, was ist das denn? Ich wurde jetzt nochmal angehalten vom Zoll. Du wurdest angehalten? Ja. Und die Zollbeamten waren doch super, oder? Die kannten mich nicht. Es gibt Leute, die ich nicht kenne. Ja, also manchmal habe ich das natürlich auch, aber beim letzten Mal, als ich meine Nämlichkeitsbescheinigung abgegeben habe, ganz vorbildlich, 0330 Formblatt, hat derjenige direkt gesagt, um was geht es, um Uhren? Und da war er so freundlich beim Zoll. Okay, ja, okay, okay, geil, ja. Ja, also was passiert tatsächlich, wenn du so ein Fake hast und damit dann vom Zoll angehalten wirst und die es nehmen, dann nimmt es weg und vernichten es. Nein, echt? Ja, klar, das Ding ist dann weg. Und wenn du davon 20 Dinger drin hast im Koffer und die das sehen, dann betreibst du mit den gefälschten Uhren Handel und dann hast du ein etwas dichiges Problem. Dann gibt es nämlich eine Geldstrafe. Aber Moment mal, wenn ich jetzt als Privatperson das am Handgelenk habe, ist das dann nicht so für den privaten Gebrauch okay? Ja, also es wird dann kein Verfahren, du kriegst keine Geldstrafe oder ähnliches, aber natürlich haben die das Recht, das zu vernichten, einzubehalten, klar. Es entstehen ja, weißt du, wie hoch die Schäden sind pro Jahr, die durch diese gefälschten Uhren entstehen, da Uhrenhersteller und diese Milliarden, Milliardenbereiche, klar. Und die sollen natürlich nicht in den Umlauf geraten, natürlich hat der Zoll das Recht, das einzubehalten. Also Beschlagnahme ja sowieso, ich glaube, da haben wir auch mal gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, so eine Beschlagnahme, auch wenn die original ist, auch das mal ganz kurz. Also er macht es immer ganz geil vor, ganz, ganz vorbildlich und nimmt diese Bescheinigung mit für den Nachweis der Uhren. Aber wenn die da einen Anfangsverdacht möglicherweise haben oder ähnliches der Zoll und die die Uhren dann beschlagnahmen, du hast zehn Stück da drin, die Beschlagnahme, die geht ganz, ganz schnell. Aber die Herausgabe ist leider sehr, sehr langwierig. Ja, es gibt da diverse Fälle, also das war mir jetzt neu und würdest du sagen, wenn man, sagen wir mal, zehn Stück für seine Freunde und so mitbringt, dann ist das schon ein Problem? Ja, ja, dann hast du den Anschein des Handels und den wirst du natürlich nur ganz, ganz schwer los. Das ist halt einfach so, das kann man übertragen fast auf jedes, wenn du, keine Ahnung, zehnmal was klaust, dann bist du auch in der Gewährmäßigkeit drin. Dann sagen sie halt, ja, guck mal, du verschaffst dir damit irgendwie eine Lebensgrundlage, eine Einnahmequelle von nicht gegen eine Dauer und ja, dann bist du halt tatsächlich im Handel drin. Okay, dann mal eine andere Frage. Sagen wir mal, jeder kennt das vielleicht, TikTok oder auch bei Instagram gibt es manchmal so Accounts, ne, die ja auch solche gefälschten Uhren, Sneaker und so weiter verkaufen. Auch als, die schreiben das auch auf, ne, also die schreiben dann, das ist gefälscht. Ja. Mache ich mich damit strafbar, wenn ich das kaufe? Wenn es tatsächlich deklariert ist als Fälschung und du es dann kaufst, ne, dann machst du nicht. Also der Besitz als solches, der Besitz als solches davon, der Besitz, das jetzt hier liegt, ist keine Straftat. Okay. Natürlich, aber der Handel damit, der ist dann eine Straftat, dann führt es zu Konsequenzen, zu Geldkonsequenzen. Und zum Beispiel jetzt so diese Instagram-Accounts und so weiter, also was für Strafen können auf die dann zukommen? Ja, das sind dann Markenrechtsverletzungen, ne, da kommt man Geldbußen, die können auch schon hoch sein, ne, das sind dann verschiedene, so im Ermesse mehr oder weniger, in welchem Umfang machst du es, was wird da alles verkauft, also sind jetzt keine Ahnung, Geldbuße von 5 Euro oder so, ne, also das geht in den Tausenderbereich dann, klar. Okay. Wenn du es dauerhaft machst und das alles und dann da, die Marken sind da ja auch sehr hinterher, ne, das wirst du ja wahrscheinlich noch besser wissen. Ich habe es sehr deutlich bei geklauter Markenkleidung und die sind ja auch darauf angesetzt, ne, die Luxusmarken zu schauen und zu überprüfen. Sind da jetzt irgendwie Händler oder ähnliches, Fake-Händler quasi und die sollen dann identifiziert werden, dann gibt es Geldbußen. Soll ja auch abschreckend sein. Klar, aber wobei man da auch nochmal unterscheiden muss zwischen den verschiedenen Ländern, also Frankreich und Italien, alle haben andere Rechte und Gesetze da, ne? Genau, ja, Italien, Frankreich, so, ja, ganz vorne dabei mit hohen Geldbußen, ja. Ja, wenn wir jetzt nochmal überschwenken, wäre noch eine andere Frage von mir und zwar, ich habe jetzt eine Uhr gekauft bei einem Händler und ich habe auch von denen jetzt eine Rechnung und so weiter, ne? Und jetzt habe ich irgendwie später festgestellt, okay, pass auf, es gibt ja verschiedene Bestandteile, ne? Zum Beispiel das Armband jetzt ist halt nicht original von der Marke. Okay, krass. Das hast du mal erlebt? Ja, klar. Echt? Ja. Also bei mir war es so, aber ich kannte ja den Händler, also es ging im Konkreten um eine Omega Speedmaster, Reduced, ist keine extrem teure Ruhe, aber da hat er mir das zugeschickt und da war das Band, das Metallband war halt nicht von Omega, sondern es war halt dann nachgemacht. Als Privatperson, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man sich da, weil am Ende, guck mal auf der Rechnung und so, so wirklich herleiten kann man das ja nicht mehr, ne? Wenn man unterstellen kann, dass der Händler das natürlich vorsätzlich getan hat, dann ist es von ihm bestraft, du bist halt so ganz schnell im Betrug, ne? Wenn du etwas vorspielst, was nicht so richtig der Wahrheit entspricht und dadurch ein Irrtum erwächst, nämlich, pass mal auf, die Omega Speedmaster, die ist komplett, wie sie hier auch ist, original, alles ist original. Diesen Anschein erwächst du ja, wenn du sie verkaufst. Man kann ja davon ausgehen, ne? Wenn man es nicht beschreibt. Wenn man es nicht beschreibt, dass alles original ist, ne? Und dann hat die Uhr natürlich, das wirst du wahrscheinlich auch besser wissen, aber, was kostet denn einmal, was ist das so ein Wert? Keine Ahnung. Also bei der Omega hat es jetzt 700 Euro gekostet? Ja, natürlich wenig. Also, und dann hat es natürlich einen erheblich gängigen Wert, ist ein Betrug auf der einen Seite, Frage ist, ob das Strafrecht verfolgt wird, wenn man sich nachher mit dem Verkäufer einigt und er sagt, pass mal auf, ich erstatte dir die 700 Euro oder du hast natürlich auch auf zivilrechtlicher Ebene dann das Recht zu sagen, pass mal auf, ne, will ich nicht, ich will das Ding, wenn ich vollständig original... Möchtest zurückgeben? Genau, dann muss ich das Geld auch zurückerstatten. Das ist der zivilrechtliche Part von der Sache. Das ist ja immer getrennt voneinander zu betrachten, das erkläre ich immer meinen Mandanten, das ist so schwierig, das ist auch, beste Beispiel haben wir auf deinem Kanal ja auch gerade kurz erörtertet, du hast die Uhr. Und dann gehst du damit, hast sie gekauft, gehst damit zur Polizei, war jetzt teuer, kann man jetzt eine sehr, sehr teure Uhr und die war gestohlen. So, dann behält die Polizei die Uhr da, natürlich. Und du machst halt einfach nichts, dein Geld ist weg, die Uhr ist weg, hast ja nicht mal ein Fake, so, die du dann wenigstragen könntest oder ähnliches, ne. Da verlierst du alles, aus zivilrechtlicher Sicht könnte man dann sagen oder würde man dann sagen, du hast ja einen Anspruch gegen den Verkäufer, aber den dann reifbar zu machen, das ist ja so. Recht haben und Recht bekommen sind halt immer noch, auch in deinem Rechtsstaat, zwei verschiedene Paar Schuhe, weißt du, das ist das Problem. Ja, also ich kann nur sagen, also aus meiner Sicht halt, ich weiß nicht wie es bei dir, aber Fake sollte man generell halt meiden. Ja, ja, natürlich, also es ist ja auch, ich finde du verkaufst ja mit einer originalen Uhr ja auch ein bestimmtes Gefühl so mit, das kann ich auch mal sagen, ja und auch allen meinen Zuschauern. Hast du schon mal über deine Uhr gesprochen, so was du so hast eigentlich? Nein, 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 noch nie, noch nie, nein, nein, nein. Aber man, das ist ja schon so ein Meilenstein irgendwie, ne. Ja, ja, Mann, das weißt du ja auch, Mann, das ist doch, man ist doch so stolz, ist doch geil, sowas zu tragen. Das ist doch schön, bei dir wird mir ja ganz schwindelig, wenn ich das ja, wenn ich das ja alles sehe, das sind ja Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und da möchte ich mal kurz was sagen und zwar an alle, die interessiert sind an Uhren, ja, und das sage ich jetzt nicht nur, das habe ich, glaube ich, schon mal so angedeutet, nicht nur, weil du jetzt nicht mehr sitzt, sondern man sollte es vermeiden, die irgendwie von zwielichtigen Händlern privat zu kaufen. Du hast so viele Risiken, ne, Falschgeld, ne Fälschung, du wirst überfallen, das ist ein Diebstahl, du hast so viele Fallstricke. Weißt du, was das Beste, was ich mal erlebt hatte, das war ein ewiger Kalender, ich weiß nicht mehr, ob es Odemauer oder IWC war, hat eine Privatperson bei einer anderen Privatperson diese Uhr gekauft, okay, so. Ist dann irgendwie stehen geblieben oder die lief dann fünf Minuten, ist wieder stehen geblieben und so und dann aufgemacht, ja, war, also, es war ein Wasserschaden, hat er sich nicht drum gekümmert und dann Rost. Okay. Die Revision kostet dann halt, ich weiß nicht, die Revision hat gekostet 3.000 oder 4.000 Euro. Kannst du einmal sagen, was eine Revision ist, weil wenn die das gucken, das sind nicht deine Zuschauer. Ja, also, wenn die Uhr halt überholt werden muss und einen ewigen Kalender kann man nicht irgendeinen Uhrmacher geben, sondern es muss halt dann zum Hersteller geschickt werden und damals hat die Uhr, glaube ich, als Kaufpreis 20.000 Euro und die Überholungskosten waren 4.000 Euro. Das heißt, das Ding war halt hinüber und bei einem Händler hat man halt eine Gewährleistung, die halt von Privat verfällt. Von daher das Risiko, wenn ihr von Privatleuten kauft, ist sehr hoch. In dem Zusammenhang, gerade wenn du von deinen Geschichten erzählst, was ist deine krasseste Story, die dir in Bezug auf, ich sag mal, so Fake-Uhren, Geklaut-Uhren, irgendwas so direkt in den Sinn kommt? Also, die letzte Geschichte, die war bei mir, also, die bei mir passiert ist, war, es ging gar nicht darum, dass jetzt die Uhr gefälscht war, weil das merkt man eigentlich relativ schnell. Es geht darum, dass die Papiere, das Zertifikat gefälscht ist. Also, wir haben in dem Fall, habe ich auch ein Video gemacht, ging es um eine Odermar PG, die Uhr hat gekostet im Verkauf 150.000 Euro. Wir persönlich, also ich als Unternehmen, wir kaufen keine Uhren ohne Papiere, auch wenn es nur ein Garantiezertifikat ist, jetzt über 10.000 Euro kaufen wir nicht an. Einfach nur, weil ich finde es selber halt nicht so cool. Dann kam die Uhr und so, ich gucke mir so das Buch an, denke mir so, also, die Box sah super komisch aus, wusste ich direkt, mit der Box stimmt was nicht. Aber ich gucke mir so das Buch an und jeder weiß von Odermar PG, damals, es war so ein schon gutes gedrucktes Buch. Irgendwas hat mit der Fahrbahn nicht gestimmt und ich hatte zufällig noch ein anderes Zertifikat da, habe beides verglichen, habe dann bei Odermar PG in München angerufen, habe nachgefragt, wie sieht es aus. Haben mir gesagt, okay, die Uhr, die ich in der Hand halte, wurde eigentlich in Frankfurt ausgeliefert, aber in meinen Papieren stand Japan. Kann ja nicht sein. Und dann wusste ich, okay, die Papiere sind gefälscht und sowas macht einen Wertverlust, ist ein immenser Wertverlust, weil zum Beispiel so Händler wie ich würde die gar nicht mehr kaufen. Gerade diese kleinen Bestandteile wie Boxen, Zertifikate, wenn die gefälscht sind und ihr niemanden habt, an den ihr euch wenden könnt, kein Händler greifbar ist, dann seid ihr, also, das ist ein immenses Risiko. Wie kann man das erkennen, dass so ein, also, erkennt man das, dass die Papiere, also ich würde es wahrscheinlich nicht erkennen, keine Ahnung. Also jetzt nur, also ich meine, man muss auch sich die Frage stellen, welche Privatperson kauft bei einer anderen Privatperson für 150.000 Euro so eine Uhr, ne? Also, ja, wahrscheinlich am besten und da muss man sagen, also Leute, lasst da von die Finger, das ist ein immenses Risiko, was hier eingeht, ne? Ja. Wir alle wollen Geld sparen, wir alle wollen den günstigsten Deal haben, aber gerade bei solchen Dingen, ihr könnt das kopieren, was ihr bei Autos schon kennt, ne? Auch da, von Privat, wenn man da kauft und vom Hof her, also das war's. Ja, nämlich, ja. Und dasselbe ist bei Uhren eigentlich auch das Thema. Ja. Ja, klar, das stimmt. Das war's, so viel zu den Uhren. Ja. Wir machen es kurz und knapp. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, zu Uhren, bitte an ihn. Und bei rechtlichen Fragen, Hausdurchsuchungen, bei Hausdurchsuchungen, das kann sein, ne? Also, vielleicht an der Stelle das kommt, da gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein. Wenn die da so ein Anfangsverdacht, ist ja ausreichend für eine Hausdurchsuchung, so, das heißt, ich, ne? Also, ich hab's dir gerade auch schon mal erklärt, ich geh jetzt raus, ruf die Polizei und sag, ey, ich hab hier gerade beim Marc-Gebauer gedreht und da lagen tausende Tonnen Drogen rum. Das wäre ein Anfangsverdacht, der würde reichen, rechtlich gesehen, als Hürde, zu einer Hausdurchsuchung. Boah. So, klar. Und wenn man dann sagt, pass mal auf hier, ich hab von dem Händler ne Fake Patek Philipp gekauft und hab den dafür 100.000 Euro gegeben, oder dann rechtfertigt, dass dieser betrug den Anfangsverdacht für eine Hausdurchsuchung. Na, und dann sind die halt natürlich auch ganz, ganz schnell da und das ist problemlos. Also, ein Richter unterschreibt so einen Beschluss völlig, völlig als Fließbahnarbeit quasi und dann steht die Polizei bei dir vor der Tür. Das kann auch umgekehrt sein, ne? Auch wenn du dich, wenn du, wenn man irgendwie ja das Gefühl hat, man ist plötzlich vielleicht nicht direkt beschuldigt, aber man ist betroffen. Die Beweismittel sind bei jemandem zu Hause. Okay. Eine Reihe von Fake-Uhren aus irgendeinem großen Fake-Verkaufsring oder so. Auch dann kann durchsucht werden. Klopfen an, muss dann nicht vielleicht mit Tür aufsprengen, SEK sein, aber wenn da dann drei Beamte stehen und die Nachbarn das dann sehen, fünf Nachbarn sind dann noch in Deutschland, der immer noch am Fenster, das sorgt dann schon mal für Diskussion, ne? Boah. Also auch diesen Anschein sollte man versuchen zu vermeiden. Deswegen, Fakes sind, sind blöd. Sind blöd. Ja. Sollte man sich fernhalten. Deswegen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's gerade gesagt, rechtliche Fragen hierhin, uhrenmäßige Fragen dahin. Ich bedanke mich, wenn ihr noch Fragen habt, natürlich hier in die Kommentare, Instagram, Instagram, E-Mail, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.